ein herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme sechen ahnung 1800 mit allen möglichen dlc die es so gibt und wir haben ein richtiges rohstoffproblem wir wollten zwei zonen anfangen mit bauen aber ich habe auch vergessen hier was zu machen und hier müssen wir auch noch bauen also wir haben richtig viel zu tun jetzt ist aber das problem wir haben großstoffknappheit und ihr seht selber sieht nicht nicht gut aus und ja jetzt müssen wir mal gucken woran das hier liegt eisenhammer wir brauchen kohle ok kohle ist ist hier kohle noch nämlich zum beispiel viel kohle das heißt es ist zu wenig mal wir machen das mal weg wir machen da mal auch keine kohle das ist schlecht produziert gar keine kohle ja und hier wie sieht es hier aus hier müsste man habe ich hier irgendwie kohle nein das heißt wir müssten hier nur eine handelsroute machen da werden wir mal zwei jahre einsitzen das nicht warte mal das raus dafür dann das rein genau und die insel das heißt jetzt ab jetzt sebastian klala nach ok perfekt so hau das schon mal hin das ist schon mal safe jetzt so jetzt brauchen wir ja wer ist hier kaputt du dahin der repariert dass wir erstmal so und was haben wir noch wir brauchen davon glas was brauchen die ist quats ja aber wieso produzieren denn kein quats ach ja ganz toll jetzt produzieren sie als quats ja neu warum habe ich da nicht drauf geachtet hier könnte man auch eine quats passt nicht okay da werden wir ja was abreißen hier werden wir haben auch noch was kostet das produzieren wir hier noch quats haben wir hier quats ja perfekt brauchen wir erstmal noch ein paar schiffe so brauchen mehr schiffe es können eigentlich einer von euch machen wir sind damit sie nicht so weit was macht er ich hatte doch noch eins in aktive schiffe hier warte mal dann machen wir mal den mit das ist schneller als die ja ok so jetzt haben wir erst mal vertrieben die typen dürften keine mehr rumspacken ja jetzt können wir hier wieder das die handelsroute nämlich ausbauen so geht es hier rein ja perfekt wir brauchen jetzt quats und produziert hier schon mal siegert du wirst hier kein geleistungs machen wir müssen fahren so das kostet das fünf steine ok boah ist echt anstrengend also arno ist manchmal richtig anstrengend weil sie ist hier drückt hier oben ein paar genügend Millionen aber ich habe keinen bock da habe ich irgendwie einen fehler gemacht ähm ich habe wahrscheinlich zu stark zu schnell expandiert es ist ja es ist wie es ist wir müssen damit jetzt klarkommen aber wir werden das irgendwie fixen wir werden hinten noch Häuser bauen und wenn wir mal etwas abreißen was nicht passt perfekt so läuft das so läuft das hier oben kann ich sowieso ähm keine Bahnstrecke bauen weil das hat sich ja erledigt ihr wisst ja warum und wir brauchen sowieso noch zahlkräftige kunden bewohner ohne ende also baut am anfang richtig viele wohnhäuser damit ihr nicht ähm wie ich in die brittorio kommt ähm ne das nicht damit ihr nicht in die brittorio kommt ähm ähm ich baue jetzt einfach mal hier so weil das jetzt zu kappen lohnt sich nicht das sollte reichen von der fläche geht das hier ja perfekt so ja ich mach doch schon da geht doch schon straße bleibt mal locker aber kein stress hier so weil wir haben davon nämlich können wir hier noch eins hinsetzen so perfekt machen wir das so und dann bekommt ihr noch eine taverne ist das eine taverne ja wirtshaus das ist dasselbe grün hier eins und hier eins und ja jetzt kommt der Trick da so jetzt werden wir hier erstmal eins reinballern dann werden wir hier eins reinballern genau little das werden wir jetzt hier ändern wenn du nicht lange weile hast so was ist jetzt hier okay warum die da kaputt gehen weiß ich auch nicht wir brauchen noch ein paar Schiffe mehr so wo wo ist eine krankheit ausgebrochen da ist doch schon irgendwo eine krankheit ausgebrochen irgendwo so ah jo okay alles klar so jetzt lüb das hier langsam so und der kann ich mal entladen müssen sie klein reservieren wie bekloppt so jetzt ich werde mal gleich nochmal hier eins schicken mit ähm warte mal hier oben achso du hast keine straße was sagt da was meiner erwarten neue Horizonte so jetzt werden wir das ein bisschen effizienter hier gestalten so läuft 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 wir haben ja so viel produzieren so viel wir könnten zwar auch Alkohol produzieren aber das ist nicht meins weil das Problem ist ähm ja ihr wisst ja warum weil es macht wenig Sinn Alkohol zu produzieren weil ähm es ist es ist halt so ähm dass halt es sich nicht rechnet also Alkohol rechnet sich einfach nicht außer das muss ich dazu auch sagen außer man baut halt ähm nur nur eine eine Bauerninsel das heißt ich werde dann später Alkohol produzieren aber das ist dann nur für eine Bauerninsel so weißt du verstehe ich das und das ist halt die Frage die Frage die sich dann ergibt also das muss ich würde am Anfang auch kein Alkohol bauen weil es ist einfach zu teuer ja und das ist halt was macht der hier lass mal ein bisschen erweilen schönen Tag schönen Tag finde ich auch schönen Tag so jetzt müssten die aber ein bisschen mehr hier produzieren jetzt geht das richtig lang jetzt jetzt produzieren ja 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 könnte man doch noch aufrüsten könnte man auch noch aufrüsten aber der wird jetzt mal jetzt abladen vom Stapel gelaufen so stellt euch da mal hin jetzt müsste ich jetzt müsste ich hier ähm das produzieren Brote produzieren und ähm ja hier wird eine Produktioninsel rein das wird wahrscheinlich alles abgerissen hier das werde ich wahrscheinlich auf die Insel irgendwann umsiedeln aber das lassen wir erstmal so ähm wir müssten jetzt hier eigentlich bräuchten wir Strom was sieht das hier aus sieht da richtig gut aus so wir brauchen aber noch Öltanker die sind relativ teuer was kostet das so ein Hafen boah da kostet das okay da könnte man da müssen da müssen hier einige Sachen weichen eigentlich brauchen wir das dann nicht so und dann werden wir auch hier einen Elektrizitätsberg bauen weil das brauchen wir für die Häfen und das kann man kann man gleich hier anbauen na das müsste reichen von der Fläche wir hätten nur noch einen Markt bauen damit die versorgt werden so und das kostet richtig Schotter so jetzt kümmern wir uns aber erst einmal um wir werden das jetzt so machen es ist alles doppelte Zeit ich müsste halt wir müssten halt so eine Produktion aufbauen mit das hier aber dazu brauche ich das das heißt ich brauche ich Strom und auch Strom okay ähm passt das denn da rein das könnte passen mach das hier mal von der Seite ah wieso passt das jetzt da nicht ne ich würde es aber da eingesetzt haben passt nirgendwo hin hier könnte man mhm das reisen wir mal hier ab weil das ist ja hier oben verbunden mit könnten wir das nämlich so machen perfekt ja passt nicht hin shit 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 egal und dann brauchen wir noch diese Produktionssachen aber da müsste man da müsste man mit 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 ähm ja es gibt es nichts ich baue jetzt erstmal hier so ein paar so ein paar ist gut das haben wir müsste man ja dann Schien verlegen ja die sehen dann so aus Schien die müsste man dann hier so verlegen ja egal das erstmal so mhm ist nur die Frage alle Fragen ach halt doch die Klappe ich bräuchte ich da die Welt spaltet sich in schwarz und weiß wenn man klar das stimmt nein ich würde nicht nein ich baue nicht den Rad ich baue irgendwo schon wieder ah junge 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 ja ähm mhm scheiße wir brauchen dafür ok das haben wir wir haben Öl haben wir wir brauchen noch so einen Hafen ach scheiße ich bin doch bescheuert hab ich den Hafen abgerissen bin ich denn bekloppt so schon wieder das macht er jetzt schon ja ähm so mhm dann müsste ich den Hafen den Markt etwas verschieben verschieben dann kommt hier ähm Kanonen das sind für diese Superschiffe die brauchen wir erstmal nicht das hier brauchen die das denn Sie verwenden sehr fragwürdige Methoden Kaffee Brillen ok ja also so ja man zu wenig Steine haben wir was ist denn da nur los wir brauchen davon mehr hier komm mal her Supercard Evolution bereit für den Einsatz mach mal 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 den voll so was kostet das kam das nur Steine ne nice so jetzt werden wir hier das Steinproblem erstmal angriffen ne wir werden überall Steine holen Stone oh die ist gut die Insel oder machen wir das beides die und die Insel komm kann ich schon mal anfangen zu bauen. Ist jetzt egal. Kommt schon mal ein Markt hin. So. Hier können wir auch schon mal eine Strahle sehen. Das wird sowieso irgendwann abgerissen. Aber okay. Jetzt brauchen wir Steine. Jetzt brauchen wir das. Zack. So. Komm. Du Kahn. Könnte man schon eine Handelsroute machen. Ähm. Zack. Zack. Wird zwar nie ausgelastet werden, aber dahin. So. Du fährst schon mal los. Und du müssen 100 Holz reichen. Das reicht schon. Wohnenmitarbeitern. Zack. Zack. So. Jetzt nimmst du es heute mit. Und fährst hier hoch. Und wo ist das? Zack. Das sieht zwar nicht schön aus. Das ist aber zweckmäßig. Ups. Das kostet zwar auch jetzt ein bisschen mehr Kohle. Aber das ist mir jetzt ziemlich Bananen. So. Den hier. Ähm. Stein. So. Ähm. Ja. Jetzt fangen wir hier an zu bauen. So. Komm. Wo ist das Schiff? Ähm. Den. Den machen wir auch schon. Bereiten wir auch schon mal vor. Brauche ich nämlich nur noch das Ding. nützt. So. Haben wir das schon mal verbunden? Äh. Da hab ich doch richtig gefuscht. So. Ist das Schiff da? Nein. Nein. Okay. Alles klar. Hier oben ist noch einer. Pam. Ups. Hm. Pam. Jetzt gucken wir, wo der gekauft hat. Das werden wir natürlich spekulatorisch unterbinden. So. Jetzt wärst du mal hier schön. Lass mal. So. Geht nämlich hoch. Zuck. Ah. So. Perfekt. Geht genau auf. Nice. Bereit für den Einsatz. Der Krankheit ist vorgebracht. Ah. Jetzt geht das wieder los. Wo ist. Schon wieder hier. Ja. So. Jetzt brauchen die noch eine Verbindung. Hä? Wieso ist das denn? Achso. Passt genau auf. Ja. So. Und dann bauen wir. Ja. Der hat jetzt zu tun. Okay. Okay. Da wirst du da hingeschickt. Zack. 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 Volle Pulle. So. Und das hier. Kannst du verladen lassen. So. Abfahrt. Was ist das jetzt mit uns? Wir haben alle Krankheiten. Das ist bescheuert. Aber irgendwie. Keine Ahnung. Ihr solltet aber reichen mit. 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 Stone. Ähm. Hier könnte man auch noch. Vielleicht baue ich da ja oben auch eine Stone. In so einer baue ich das nochmal um. Ja. Mal gucken. Wenn es zu eng wird. So. Jetzt. Kurz Nase gejuckt. Ähm. Jetzt überlege ich. Ah. Käf ich nochmal geschlürft. Wie sich das gehört. Ich würde mich heute vorproduzieren. Leute. Das halt. Ja. Klappe halten. So. Ich habe auch kleiner als auf dich. Kollege. Demonstriert fehlende Produkte. Ja. Da müsst ihr mal mehr kaufen. Freunde. Was ist denn los mit euch? Ähm. Wir brauchen jetzt Strom. Also. Was habe ich jetzt? Ich habe. Das habe ich schon mal fertig gebaut. So. Das baue ich jetzt hier mal ein. So. Fährt wieder das. Steine fährt. Okay. Ähm. Ich könnte theoretisch. Ähm. Den Hafen ausbauen mit. Ähm. Geht das hier noch irgendwo? Hier könnte man noch. Ja. Gucken. Nice. Gucken wie viel denn man hat. Ah. Da könnte er nämlich noch mehr produzieren. So. Jetzt brauchen wir. Nice. Ähm. Pauchen. Mehr Steine. Wie sieht es denn jetzt aus? Produzieren die denn jetzt richtig viele? Hier. Ja. Ja. Das müsste man auch noch alles updaten. Hat er eigentlich meine Lieferung eigentlich geliefert? Der Meister hier? Nee. Ich verliere langsam meine Vorbehaltung. Ah. Jetzt kommt. Jetzt kommt er. Okay. Pass mal auf Leute. Jetzt wird es richtig geil. Kann ich euch nochmal auch zeigen. Ist richtig nice. Und zwar kann man nämlich gleich. Jetzt wird er nämlich gleich sehen. 500 Tonnen. Pass mal auf jetzt gleich wird es richtig krass sein. Umso mehr du Produkte mit den taust. Umso mehr kannst du den Hafen ausbauen. Pass mal auf jetzt geht das gleich richtig steigen. Pass mal auf jetzt hier. Kommt der angewatschelt. Wo ist der? Und diese Schiffe hier. Ich weiß nicht ob man die nachbauen kann. Aber theoretisch ja. Ich glaube schon dass man die irgendwo produzieren kann. Wo weiß ich nicht. Oh da ist wieder so ein Spezialschiff. Pass auf jetzt. Jetzt. Bam. Überleg da. Und. Pam. Wö? Wieso denn das nicht? Ich müsste doch eigentlich jetzt hier. Ich müsste doch jetzt eigentlich hier. Ich brauche eine Klappe jetzt. Da ist wahrscheinlich zu wenig Handel. Ja da muss ich ein bisschen mehr machen. Das ist nicht so geil. So Strom. Wie sieht es hier aus? Steine wieder. Boah ich könnte kurz. Die müssen doch. Jetzt haben sie genug hier. Ich müsste mal noch ausbauen. Ja. Ja egal. Jetzt haben sie ein bisschen Beschleunigung drüber. Ich müsste den Markt ausbauen. Egal. Später. So. Jetzt können wir das Kraftwerk hier schon mal aktivieren. Das sind die besten die es halt gibt hier. Das sind die Öltanker und die kosten. Äh no. Das kostet das. Shit. Shit. Okay. Ähm. Kann ich vielleicht bei denen hier einen kaufen? Öltanker? Warte mal. Bei denen könnte man auch Öltanker kaufen. Aber bis jetzt sieht das noch nicht danach aus. Eigentlich kann ich das hier auch nicht. Warte mal. Arbeitskräfte aufwahl quasi. Ne. Hm. Ähm. Was brauchen die noch? Ja ist ja gut Jungs. Ich weiß auch nicht warum immer hier. Egal. Ähm. Das brauchen wir. Okay. Ähm. Dann werden wir erstmal jetzt hier die Produktion machen. Aber die könnte man auch mit mit. Wieso ist denn der nicht angeschlossen der Markt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Hä? Jetzt ist er. Okay. Strange. Okay. So. Jetzt werden wir mal kurz gucken. Wer fährt das da hin? Du fährst das jetzt hier. Möchtest du mal Pause von der Lippa? So. Jetzt. Jetzt nehmen wir hier ein bisschen Stahl mit. So. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen organisatorisch klären. Ähm. Stahl haben wir. Ähm. Ähm. Na. Na. Na hallo. Fahr mal los Kollege. Was ist denn schlimm mit dir nicht? So. Halt. Komm mach mal auch mal ein Schiff voll. So. Klappe halten. Ähm. Das hier auf jeden Fall. So. Und du. Mast. Jetzt fährt er erstmal hier hoch. Los jetzt. Es gibt Gas. Wir brauchen das hier. Ja. Ist mir jetzt egal. Dann werde ich die halt alle ausbauen. Aber auf jeden Fall werde ich die alle bauen hier. Läuft richtig gut. Dann kommen wir noch mal hin. Nö. Ah. Los jetzt. Freunde der Sonne. Gib mal Gas hier. Gib ich noch einen. Ne. Kann ich nicht bauen. Was macht der? Okay. Der plattert auf. Oh Leute. Jetzt gibt. Gucken wie ich hier aussie. Ja. Nice. 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 Richtig gut. Dann werden wir auch den Markt hier irgendwann mal ausbauen. Auf ihren Befehl. Da. Der ist leer. Stahl. Und der hier hat auch nochmal Stahl. Ist egal. So. Okay. Jetzt bauen wir erstmal den Markt hier aus. Weil. Wir brauchen. Was brauche ich dafür? Steine. Ich werde bekloppt. Ich habe doch jetzt hier. Läuft ja von der Prozent. Läuft ja von der Prozent. Aber unbedingt noch ein. Wir konnten einfach nicht warten. Ich könnte jetzt hier unten noch. Hier so. Können wir vielleicht auch noch welche bauen. Geht das vielleicht hier? Oder das geht nicht? Ja. Da hat er da unten schon mal was zu knoppeln. Der hier oben. 20 Steine. 20 Steine. Jetzt braucht der jetzt 30 Steine. Machen wir den erstmal. So. Das schon mal. Ach komm. Halt die Klappe jetzt. Junge. Kann mir nicht leisten hier. Irgendwelche aufschauen. Ja. Du bist auch so grün. Alter. Gib dir gleich was zu rauchen. Kollege. Aber guck mal. Ich bin doch gepennt. Kann ich gar nicht so machen. Ich müsste die um eins versetzen. Warte mal. Das war zu viel. Ja. Das lassen wir so. Na. Da müssen wir mal die. Warte mal. Wenn ich die hier so hole. Geht das dann? Ja. Warte mal so. Dann können wir hier noch. So. Alles hier ist füchst zerbrechlich. Füchst zerbrechlich. Ja. Wir werden beobachtet. Ich weiß halt nicht was ich hier noch mache. Und zwar wegen dem Stein. Hm. Ich kann nicht. Ja. Ich weiß doch. Ich kümmere mich. Da könnte man aber hier schon mal jemanden. Produzieren die irgendwie was? Wie könnte man auch das ja schon dann mal hin? Ähm. Da ist so. Jetzt können wir noch Mark vielleicht aufrüsten. Hier den ja noch aufrüsten. Ich brauche echt mehr Stone. Mach mal jetzt. Ich habe ein Stone Problem. Wenn ich hier oben das baue. Dann braucht das aber ewig. Kein so Wunderfahren. Da habe ich wieder Probleme mit dem Bevölkerung. Machen das ist mir jetzt hier. Ist mir jetzt egal. Wenn mal vielleicht. Ich habe jetzt. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, elf, zwölf, dreizehn. Soll doch eigentlich reichen. Ich mache mal auch noch ein. Dreißig Stück. Wo ist jetzt? Davon haben sie genug. Davon haben sie jetzt richtig genug. Ich bin ja richtig zugeschissen jetzt. Ja komm. Immer noch, alter. Alter. So. So fertig. So fertig.